Mein schlimmstes Wichtelgeschenk, das war ein Fleischgabelset und man muss wissen, ich bin Vegetarier. Ja, ich muss das leider zusammenfassen, weil ich habe eigentlich immer nur Wein bekommen und das finde ich eigentlich das Schlimmste, weil es ist so das einfachste Geschenk, das man machen kann. Damit macht man nichts richtig und nichts falsch und es ist aber auch keine Überraschung. Deswegen war das das Schlimmste. Ja, das habe ich tatsächlich bei Sropos bekommen, derjenige hat es bestimmt nicht böse gemeint, aber ich sag mal vier Stumpenkerzen, original verpackt, mit Preis dran, ich weiß ja nicht.